Zwei Minuten und schon wieder so ein Stress heute. Das ist immer so, das ist jedes Jahr so. Dass die schon auf das Warten, dass man... Die ganzen Kurs auch reist, gell? Jetzt hat die Dame eine Zaubermeinung gesagt, oder? Ja, es gibt einige Senioren, die haben einen Mann oder eine Frau daheim, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Die dürfen es natürlich auch mit einem Haus entnehmen, den ich verpackt muss. Dann können sie es daheim an Senioren setzen, wie sie es essen. Also wie sie es gerade wollen, wie sie es ihnen lieber essen. Für unsere Gäste nur das Beste. Wir haben 2800 Jahre her. 174 Bürgerinnen und Bürger, die älter als 75 Jahre sind, hier für den heutigen Tag eingeladen. Wir haben aber die zweitälteste Bürgerin heute hier anwesend, Frau Anna Kosterschitz, ebenfalls 104 Jahre alt, ist der Herr Hoffmann. Herr Hoffmann ist 98 Jahre alt. 1, 2, 3, sofort! 1, 2, 3, sofort! 1, 2, 4, sofort! gibi! s s s s s Untertitelung des ZDF, 2020